Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Was? Immer noch Gold? Äh, oder anscheinend doch nicht. Was zur Hölle? Da ist doch ein Dokument, das will ich haben. So. Ich renne mal. So geht es nämlich schneller. Also da irgendwo. In dem Haus da vielleicht? Yep. Da ist es ja. Da ist es ja. Verschlammung, chemische Verschmutzung und Schwermetallbelastung festgestellt wurden. Sowohl Trübung als auch Feststoffe überschreiten die ökologischen Grenzwerte. Wasser mit einer hohen Trübung ist nicht als Trinkwasser geeignet. Und die große Menge an Feststoffen bedeutet, dass es auch nicht zur Bewässerung verwendet werden kann, da dies zu einer Schädigung der Böden führen würde. In den betroffenen Flussgebieten wird darüber hinaus höchstwahrscheinlich kein Fischfang mehr möglich sein, was sich wiederum negativ auf die Existenz der Einwohner auswirken wird. Des Weiteren lag der pH-Wert im hohen alkalischen Bereich, während der chemische Sauerstoffbedarf ebenfalls die Grenzwerte überschritt. Beides Indikatoren für eine chemische Verunreinigung des Flusses. Wasser mit einem hohen pH-Wert, hartes Wasser, ist korrosiv und kann sowohl Rohrleitungen als auch Kleidung angreifen. Hohe Fluoridwerte im Wasser erhöhen das Risiko an Leiden wie Zahn- oder Skelettfluorose zu erkranken. Darüber hinaus stellen pathogene Bakterien wie Salmonellen ein akutes Gesundheitsrisiko für die einheimische Bevölkerung dar. Das heißt, es sieht gerade nicht richtig, überhaupt nicht gut aus. Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut, sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Oh, ein Wandgemälde. Kuniraya, der Inka-Gott des Mondes. Okay. Er war von relativ niedrigem Stand und hatte deshalb auch keine Gefährtin. Das hier erzählt die Geschichte, wie er seinen Samen zu einer Frucht formte, deren Verzehr die Göttin Kaviaka schwängelte. Da Kaviaka noch Jungfrau war, kam ihre Schwangerschaft ziemlich überraschend. Als ihr Sohn geboren wurde, beantwortete er die Frage nach seinem Vater allerdings sofort, indem er direkt auf Kuniraya zukrabbelte. Kaviaka sah sich durch Kunirayas niedrigen Stand derart gedemütigt, dass sie mit ihrem Sohn nach Peru floh, wo sie sich in Meeresklippen verwandelten. Okay. Okay, hier kann man handeln. Guten Tag. Gefällt dir irgendwas? Okay. Was haben wir denn hier so? Und ich habe ziemlich viel Geld. Für was ist das? Ja, so macht man Geschäfte. Ausgezeichnete Wahl. Für das andere muss ich mir noch ein bisschen mehr... Irgendwas zu verkaufen vielleicht. Geht's denn so? Ich denke, ich kann dir helfen. Okay. Okay. Habe ich irgendetwas, was ich verkaufen kann? Ja, so macht man Geschäfte. Ausgezeichnete Wahl. Und jetzt wieder im Kaufen? Hehehe. Oh ja, das war gut. Es war nett, mit dir zu handeln. Brauchst du irgendwas? Wir könnten handeln. Ich habe doch gerade was gekauft. Da sind noch Überlebensverstecker. Ich höre, wie sie in der Tiefe rufen. Die Stimmen. Die alten Götter. Vielleicht musst du dich nur ausruhen. Nein. Sieh es dir selbst an. Sieh dir an, wie der Atem der Götter aus dem Schoß der Erde kommt. Und hör auf ihre gequälten Schreie. Es war mir nicht aufgefallen. Wo ist dieser Atem? Ich kann sie aus der Unterwelt rufen hören. Die Stimmen. Der alten Götter. Grab. Ein Grab. Ein Grab. Ein Grab. Ho, 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 ho. Bleh. Was ist denn hier für ein Matsch? Und noch ein Lagerfeuer? Ein drittes? Natürlich, sie ist angespannt. Wenn sie hier sind, dann sind sie vor uns. Das heißt aber, ich bin auf der richtigen Spur. Wenn Dominguez recht hat, muss ich vor ihm bei der Schatulle sein. Wo führt das hier eigentlich hin? Der ist auf jeden Fall ein Wandgemälde. Ein Drache. Er muss für Pachamama stehen, die Inka-Göttin der Mutterschaft, Erde und der Zeit. Sie war verantwortlich für Fruchtbarkeit, Ernten und Pflanzen. Ihr Körper waren die Berge und sie war die Ursache aller Erdbeben. Die Menschen fertigten früher winzige Kleidungsstücke mit extrem feinen Verzierungen an, um sie anschließend zu Pachamamas Ehren zu verbrennen. Das erklärt auch die Brandspuren auf dem Boden. Und diese braunen Flecken müssen Lama-Blut sein. Eine weitere beliebte Opfergabe. Okay. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich hier bin. Ah ja, da, wo ich mich auch vermutet habe. Irgendwo hier muss ein Überlebensversteckt sein. Ich bin fast drauf. Ah, hier. Wo geht es hier hin? Okay. Kann die wieder raus? Ich will jetzt hier unbedingt nicht lang. Nicht jetzt unbedingt. Ich habe ja noch... Ich habe ja noch einen Ort, wo ich mich ja noch auskundschaften kann. Monolith? Welche? Ich finde nicht raus, was das bedeutet. Quetscher-Dialekt. Hm-hm. Ah ja, hier war ich schon. Ah, kann man da hoch? Na, was ist denn da oben? Aha. Das ist ein aus billigem Plastik und Kupfer hergestelltes Werbemodell eines Ölbohrturms. An seinem Sockel findet sich das Logo eines Unternehmens namens Porvenir. Okay. Das war ja nicht mal auf der Karte eingezeichnet, glaube ich. Ach genau, Dschungeltotems. Ah, ja, hier war das. So lebensversteckt. Wo bin ich? Ungefähr da, wo ich sein will. Also hier ist kein Dschungeltotem. Alles mitnehmen, was man findet. Okay, hier. Das kann ich noch gar nicht ab... Noch gar nicht machen. Da ich dieses Werkzeug noch nicht habe. Du fragst, so kriege ich das. Oh, eine Tasche. Das ist ein Überlebensversteck? Okay. Ne, da kann man nicht hin. Zur Zeit nicht. Das Werkzeug dafür habe ich nicht. Was ein bisschen, na, doof ist. Wildschwein über Wildschwein. Tote. Schrotflinte. Da brauche ich die Schrotflinte. Ich frage mich noch, ob hier auch irgendwo Totems sind. Die ich bislang übersehen habe. Bisher nicht. Also, dann kann ich mich ja auf den Weg machen. In Richtung weiter. Und das hier muss natürlich so tief sein, dass man da erstmal was feststeckt. Wird geladen? Ost zur Hölle. Natürlich muss es erstmal geladen werden. Aber ich würde sagen, hier mache ich jetzt erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.